ARD Text im Auftrag von Funk Gut und dann würde ich sagen greifen wir von hinten an ne wohl der wird gegessen oder? Kann der, kann das nach hinten? Probieren wir's aus ja, mach's kaputt mh ok, können sie nicht das ist gut, das ist sehr gut ach ich hab jetzt hier, nach hinten hab ich zwei Kugeln, die mich angreifen nach vorne hab ich eins, zwei, drei trotzdem ich probier das jetzt ich probier das jetzt es ist blöd wenn es nicht klappt, aber ich weiß nicht wie ich es sonst probieren soll ok komm, der Eimer sieht noch gut aus ja, das sieht gut aus, ach komm die Reihe haben wir jetzt schicke ich einen jetzt schicke ich einen billigen los und noch einen ums gehirn zu holen lol der ist tot ach von dem oh stimmt da war ja was oh da war ja was ich frage jetzt ich frage jetzt ob der es schafft wenn er von hinten oder wenn wir nehmen einfach den da der packt das der macht den 3er kaputt alter, der ist so ein vollidiot, was macht der eigentlich? boah man ok das war eine schlechte idee das war eine schlechte idee der ist viel zu weit hinten gestartet und hat schon viel zu viel Schaden da hinten bekommen wobei wenn ich die Verlangsamung wegkriege boah, ne ok, der Helm ist weg, das wird er nicht schaffen aber die Verlangsamung ist weg, das ist schön mhm, die Frage ist, was brauche ich hier für ach komm, leck mich doch du machst das jetzt du machst das jetzt wenn das nicht klappt bin ich tot also sind die Zombies zwar eh schon, aber ihr wisst wie ich das meine ja komm, mach das jetzt bitte fertig bitte mach es jetzt einfach komm na also boah, na also, es geht doch es geht doch wir haben 3 Reihen gut äh einen von hinten und ach scheiße ich vergesse es jedes Mal ich vergesse es jedes Mal so dann ist das einzige, was wir jetzt noch brauchen die Sonnen und dann stirbt er durch die Mine ich hole 9 der ist die letzte Sonnenblume und holt das Gehirn naja, das klappt wenigstens so wie ich es mir vorstelle Attacke auf das letzte Gehirn Wettrennen Einer hat ja eindeutig die Spitzenposition muss jetzt hier aber die Sonnenblume essen aber er führt trotzdem noch und sie essen zu dritt das Gehirn was für ein Finale oh, das letzte endlos ich weiß nicht ob endlos so eine gute Idee ist ich probiere lieber nochmal dieses möchtest du das aktuelle Spiel weiterspielen ohne ein neues starten hehehe ein neues so, 3 Reihen abgedeckt ok das funktioniert so aber wir machen eine kurze Pause so, da war wohl äh mein Handy am klingeln müssen wir mal schauen hier dass ich das noch hinkriege wenn hier einmal aus dem Rhythmus ist ist das immer nicht so ganz leicht erstmal schauen wir was das ist ohm ok alles gut schauen wir mal lieber hier da wird schon irgendwas störendes sein zum Beispiel Zombies na also haben wir endlich dieses blöde Level geschafft oh nein, ich wills noch setzen lass es mich setzen nein hab ich unten rechts in der Ecke kann ich mir dieses eine Ding gesehen du hast dein neues Wasenbrecher Level freigeschaltet äh Ace of Ace mhm wofür brauche ich dieses blöde Licht? braucht auch keiner oh verdammt ach das beleuchtet was drin ist ist ja krass ok das ist geil lol alter willst du mich verarschen willst du mich verarschen? alter ich brauche jetzt was ganz schön krasses gegen den aber das habe ich nicht alter was soll ich denn jetzt bitte machen? ähm 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 schon klar wie soll man bitte was gegen den machen? ja gut ja gut dann äh brauche ich eine andere Taktik ja gut dann äh ok ok das kriegen wir hin das kriegen wir hin ich bin noch überlegen wie ich muss im Endeffekt ausschließen wo er nicht sein kann scheiße da ist er ja das ist doch lächerlich was soll man denn dagegen machen? lol ich hab ihn ok das hier wird am schwersten das hier schaffe ich aber auch nicht sonst na ich muss es versuchen dadurch dass der hier mithilft oh Gott hoffen wir es mal sonst war das jetzt alles umsonst scheiße das war alles umsonst oder? hab ich recht? ach komm leck mich doch das kann doch nicht euer ernst sein ach komm leck mich doch das kann doch nicht euer ernst sein ja komm wieder neu ach das macht doch keinen Spaß so wir müssen irgendeine andere Taktik finden ach ja ne ist klar ok gut der kann mich am Arsch lecken das war es ist ist Ah Leck mich doch, Leute. Äh, wir machen das anders. Ich beende jetzt die Aufnahme. Nein, ich gehe in den Zen-Garten. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wie oft habe ich das jetzt bitte probiert? Das hat nicht geklappt. Naja, wir sehen uns das nächste... Na, schon wieder Wasser. Ich frage, ob die immer noch Futter haben wollen. Ne, die wollen trinken. Ja, trinken? Klar, trinken. Was willst denn du? Pflanzen brauchen ungeziefer Spray. Das macht sie einen ganzen Tag lang glücklich. Puh, ich habe so viel Geld verdient. Diesen Gartanschuh kannst du Pflanzen umstellen. Ich wäre den ganzen Tag lang glücklich. Mehrere Pflanzen gleichzeitig gießen. Hm, das kaufe ich mir irgendwann. Naja, egal, wir gucken jetzt erstmal hier. Machen wir erstmal einen auf Essen. Essen. Frickst du ein blödes ungezieferndes Spray? Ja, also schade, dass das nicht geklappt hat mit diesem einen Level. Die machen mir generell mehr Probleme, diese komischen, äh, diese hier, Vasenbrecher-Level. Aber ich habe ja 17 von 18, die kann man, die hier endlos kann man ja quasi nicht besiegen, glaube ich, oder? Naja, egal, das schauen wir das nächste Mal. Wir gehen jetzt mal zurück zum Menü. Oh, das steht jetzt hier auch so schön. Achso, alle Trophäen im Minispiel-Rätsel und Überleben-Modus. Klar doch. Na gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.